Das Wichtigste ist zu verstehen, dass wir an einem Scheideweg stehen als Menschheit. Nämlich auf dem besten Wege gerade sind, wenn wir weitermachen wie bisher, unsere eigene Lebensgrundlage nachhaltig zu zerstören. Das heißt, um das zu verhindern, müssen wir mehr dynamisch denkend unterwegs sein. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie wollen wir eigentlich leben und wen und was können wir dafür nutzen. Und das schaffen wir nur, indem wir unsere wichtigste Ressource, unsere Aufmerksamkeit sehr viel besser einsetzen, als wir das aktuell noch tun. Also aufhören mit Ablenkung und ehrlich darüber zu sprechen, wie wir als Menschen weitermachen wollen. Die erste wichtigste Sache, die jede und jeder bei sich selbst beginnen kann, ist, ich nenne das radikale Aufmerksamkeit, sich zu fragen und das natürlich nicht in jedem Moment, weil dann wird es irgendwann auch absurd, aber immer zu fragen, möchte ich meine Aufmerksamkeit gerade darauf richten oder nicht? Und dann wirklich Gewohnheiten, denn unser Hirn funktioniert wunderbar mit Gewohnheiten, weil das einfach dann automatisch abläuft und wir nicht jedes Mal wieder neu darüber nachdenken müssen, Gewohnheiten zu schaffen, die mir das möglichst leicht machen. Also Routinen einzuüben, vielleicht zu sagen, im sozialen Kontext sind Handys tabu. Es gibt mittlerweile so Spiele oder ganze Restaurants, wo irgendwie die Handys in eine Ecke gelegt werden und wer als erstes nachgreift, muss dann die Runde bezahlen. Solche Dinge kann man natürlich spielerisch machen, aber vielleicht auch im Großen und Ganzen sich einfach zu überlegen, wie möchte ich meine Zeit wirklich nutzen und hilft mir das, ein gesunder, glücklicher Mensch zu sein, was ich gerade tue. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist wirklich, dass wir mittlerweile, ich sage, eine Pandemie der erlernten Hilflosigkeit haben. Was meine ich damit? Dass einfach ganz viele Menschen überall auf der Welt das Gefühl haben, dass sie selber nichts ausrichten können. Und das können wir beobachten in den unterschiedlichsten Umfragen, das können wir im Verhalten beobachten, das können wir im Wählerverhalten oder generell im partizipativen Verhalten, worauf Demokratien natürlich basieren, beobachten. Wir erleben in ganz vielen Bereichen eine Art Rückwendung zum Privaten und raus oder weg von dem, naja, ich möchte mich aber beteiligen, beziehungsweise es ist Teil meiner Verantwortung, genau das zu tun. Und ich rede hier nicht nur von Wahlen. Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr auf das Gegenmittel der erlernten Hilflosigkeit setzen und das ist die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist das, was wir spüren, wenn wir selber irgendeine Veränderung kreieren, im besten Fall gemeinsam mit anderen Menschen. Sich Dinge vorzustellen, die noch nicht da sind, das ist das, was wir als Innovation bezeichnen. Und genau dafür brauchen wir ja diese Vorstellungskraft. Und nochmal, das ist das, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet, weil kein anderes Lebewesen kann sich Dinge vorstellen, die noch nicht da sind. Das ist unsere Superpower, sage ich immer gerne. Wir brauchen keinen Superman oder Superwoman. Wir müssen einfach nur in dieses dynamisch Denken reinkommen und uns fragen, wofür wollen wir eigentlich morgens aufstehen.